Das wird ein ganz toller Sommer mit dem neuen Haus, das wirst du schon sehen. Uwe, du musst alles was essen. Eine Party am Wochenende, kommst du? Cool. Hast du schon mal einen Jungen geküsst? Hallo. Du denkst wirklich, dass sie hier noch anruft? Es gab auch schon andere Gründe, warum du nicht ans Telefon gegangen bist. Warum nicht da? Mama, Papa zieht in den Keller. Komm mit, bitte. Dein Nachbar hat mich in den Kühe geschmissen. Mama. Papa. Ich bin auf eine Party eingeladen. Ich bin auf eine Party eingeladen. Aber ich mache die Party nicht mehr. Wir versuch' sie neben mir auf. Das ist das theoretisch für mich. Anna. Du musst dir das wunderbar sagen. Wunderbar. Jetzt müsst ihr euch küssen. Küssen? Ihr sollt euch jetzt küssen.